Hallö schön und herzlich willkommen zu Unicorn. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend, wir haben 18 Uhr und ich hoffe ihr hattet einen wunderbaren Tag. Heute mal das Thema Tipps, wie geht man am besten damit um, wie faltet man sie am besten, wie klebt man sie am besten drauf, das ganze möchte ich heute mit euch mal durchgehen und ja ich quatsch nicht, das ist nicht mehr länger, wir legen direkt los. So, dieses Video schließt an das Video nagelrichtig vorbereiten an, ich verlinke es euch hier oben nochmal, guckt einfach mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und dann fangen wir jetzt an mit dem Tipp. Als erstes solltet ihr die Nägel alle auf eine Länge bringen, wenn sie unterschiedlich lang sind, sieht es immer besser aus, wenn unten dieselbe Länge ist unter dem Tipp. Falls ihr abgekaute Nägel habt, braucht die natürlich nicht kürzer fallen, ja das machen wir jetzt erstmal. Da wir hier nur einen Finger haben, mache ich den einfach ein bisschen kürzer, um euch das mal zu zeigen. So, sollte schön gleichmäßig unten drunter aussehen, so in etwa. Dann könnt ihr an den Kanten nochmal einen Buffer drüber gehen und unten drunter, damit ihr keine Fussel habt, weil da setzt sich der Kleber auch gerne mal schnell rein und dann habt ihr wieder so komische Kanten. So. So, den passenden Tipp finden. Ich benutze persönlich immer verkürzte Tipps, das heißt die haben oben eine verkürzte Auflage, lässt sich immer leichter fallen als die normalen Standard-Tipps, also kann ich nur empfehlen. So, die richtige Größe findet ihr heraus, indem ihr einfach mal die Tipps dran haltet. Der hier ist definitiv zu groß, seht ihr auch. Ihr solltet generell lieber eine Nummer kleiner nehmen, als eine Nummer zu groß. Also nehmen wir hier mal eine übertriebene Variante, der ist definitiv zu groß, wie ihr seht. Das klebt voll auf der Haut drauf, wenn ich das jetzt machen würde. Das kriegt ihr nie wieder schön gefeilt. Nehmen wir mal eine extrem kleine Variante. Der hier ist viel zu klein. Wie ihr seht, da ist viel zu viel Nagel an der Seite und wenn der Nagel auswachsen würde, würde das natürlich extrem scheiße aussehen. Nicht nur dann, sondern auch direkt jetzt. Ich habe jetzt hier schon mal einen rausgesucht, der passt ziemlich perfekt. Überall passend. Falls ihr zwischen einer Tippgröße schwankt, könnt ihr euch eine Pfeile nehmen und den tippt dann einfach anpassen mit der Pfeile. Und falls ihr abgekaute Nägel habt, dann pfeilt vorne einfach die Spitzen weg. Pfeilt euch den einfach so zurecht, bis er genau passt und dann könnt ihr sicher sein, dass es auch passt. Bei der Tippgröße ist natürlich nicht jeder Finger gleich und auch nicht jede Hand gleich. Das heißt, die linke Hand ist kleiner als die rechte oder umgedreht. Ihr könnt jetzt nicht davon ausgehen, wenn ihr bei dem Ringfinger einen 7er gehabt habt, dass ihr dann bei der anderen Hand auch einen 7er habt. Also ihr müsst wirklich jeden Finger einzeln anpassen. Viele machen den Fehler. Sie setzen den Nagel an und gehen dann immer weiter nach vorne. Man sollte den Nagel ansetzen, den Kleber herausdrücken und dann 10 Sekunden warten. Nicht weiter nach oben gehen. Also das müsst ihr euch wirklich hinter die Ohren schreiben. Da kommt vorne unter den Tipp Luft und das verringert halt die Haltbarkeit der Modellage. So, kommen wir zum Draufkleben. Ihr nehmt euch einfach einen Tropfen Kleber heraus. Ich empfehle immer Klebertübchen mit Pinsel. Das lässt sich besser dosieren. Und ihr tragt den Kleber einfach auf die angezeigte Fläche auf. Einfach ein bisschen verstreichen. Nicht zu viel Kleber. Sonst läuft euch das überall in die Ränder rein. Solltet ihr überall verteilen, dass überall auch Kleber ist. Und das war es auch schon mit dem Kleber auftragen. Zum Draufkleben selber. Ich setze den Tipp an dem Nagel an. Ziehe ihn nach unten. Und dann drücke ich den Kleber nach hinten raus. Dann wartet ihr 10 Sekunden. Also 5 bis 10 Sekunden wartet ihr. Und dann könnt ihr den Tipp auch loslassen. Kommt natürlich auf den Kleber an. Wenn es Scheißkleber ist, dann braucht er ein bisschen länger zum Trocknen. Oder wenn der Finger sehr feucht ist, dann braucht der Kleber auch länger zum Trocknen. Müsst ihr mal gucken. Ich mache zum Schluss immer eine kleine Probe. Einmal gegen drücken. Und dann bin ich mir sicher, dass der auch fest ist. Achtet wirklich darauf, dass ihr hier vorne keine Luft drin habt. Ja, das war es eigentlich schon. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt einfach eine Zellette. Und wischt den überschüssigen Kleber weg. Klebt erst mal auf alle Finger die Tipps drauf. Damit der Kleber auch richtig durchziehen kann. Bevor ihr es abknipst. Kommen wir zum Abschneiden des Tipps. Das ist das Gerät dazu. Ihr solltet das natürlich richtig rum benutzen. Das heißt, er kommt so dran. Ich habe auch schon viele gesehen, die halten das Ganze so rum. Er gibt natürlich keinen Sinn. Deshalb immer so rum unter den Nagel schieben. Zum Zweiten solltet ihr das Ganze rechtwinklig zum Nagel halten. Nicht so. Nicht so. Sondern immer rechtwinklig zum Nagel. Und dann abknipsen. Zur Länge des Nagels stimmt euch natürlich mit eurer Kundin ab. Ich persönlich setze den Knipser vorne an der Fingerkuppe an. Und dann ziehe ich den ab, solange wie die Kundin es haben möchte. Da gibt es natürlich keinen Maßstab oder sowas. Das ist Gefühlssache. Lasst es lieber ein bisschen länger als zu kurz. Weil ihr könnt nichts dran kleben. Wenn es einmal ab ist, ist es ab. Ihr könnt natürlich auch keinen Zollstock dran halten. Und ein Zentimetermaß. Deshalb ist Pi mal Daumen. Lasst es lieber ein bisschen länger. Knipst erstmal die erste Hand ab, die ihr geklebt habt. Damit die andere Hand noch ein bisschen weiter trocknen kann. Beziehungsweise, dass der Kleber noch ein bisschen trocknen kann. So. Kommen wir zum Feilen des Tipps. Erste Regel. Ihr solltet natürlich möglichst nicht auf den Naturnagel kommen. Wir feilen den Tipp, damit wir den Übergang weg kriegen. Und um die Form zu erhalten. Benutzt auch wieder euren Daumen als Abstandshalter. und falle wirklich nur an der Kante des Tipps entlang. So lange, bis diese verschwunden ist. Ich persönlich feile nur mit der Kante der Pfeile. Aber wie gesagt, jeder hat seine eigene Falltechnik. Dann müsst ihr selber gucken, wie er klarkommt. Ich feile den Tipp jetzt einmal eckig, damit ihr seht, wie ich das mache. Die sollen eigentlich rund werden heute. Ich feile den Tipp generell ein bisschen schmaler, als er sein soll. Denn wir machen auch noch einen Haufen Gel drauf. Das heißt, French kommt drauf, Aufbaugel kommt drauf, Haftgel, Versiegelung, alles Mögliche. Das heißt, der Nagel wird immer breiter. Deshalb feile ich den im Vorfeld schon mal ein bisschen schmaler. Damit er dann zum Schluss keine Schaufel ist. Oder Endenfuß, wie man das so schön sagt. Fallt auch den ganzen Tipp an, dass wirklich keine glänzende Stelle mehr da ist. Ich mache den jetzt erstmal rund. Ihr solltet jetzt auch direkt die Form festlegen. Das heißt, wenn die Kundin einen eckigen Nagel möchte, faltet ihr den Tipp eckig. Wenn sie einen runden Nagel möchte, natürlich rund. Und wenn sie ein Stiletto möchte, Stiletto oder wie auch immer. Oder schräg oder zickzack. Das legt ihr jetzt fest. Die endgültige hundertprozentige Form legen wir dann beim Nachpfeilen fest. Auch gerne mal so ein bisschen unten drunter feilen. Damit ihr die ganzen Tippreste wegfeilen könnt. Zum Schluss geht ihr dann auch nochmal mit dem Buffer drüber. Damit ihr euch sicher sein könnt, dass ihr wirklich jede Stelle erwischt habt. Und auch nochmal unterm Nagel, damit ihr da keinen Nagel-Tipp-Rest habt. Der euch dann später stören könnte. Und dann einmal entstauben. Und so sollte der dann aussehen. Ihr könnt euch die Sachen natürlich auch noch ein bisschen einfacher machen. Es gibt einen Nagelblender, nennt sich das Ganze. Das tragt ihr auf den Übergang des Tipps auf. Und das weicht das Plastik so ein bisschen an. Das lässt sich dann leichter feilen. Ich habe es am Anfang meiner Ausbildung benutzt. Aber dann mit der Zeit, wo ich besser feilen konnte, habe ich es dann weggelassen. Aber müsst ihr sehen. Ihr könnt euch das Zeug natürlich bestellen, mal ausprobieren. Aber es bleibt natürlich euch überlassen. So, kommen wir zum Primer. Ich erkläre euch jetzt nicht, was das ist, weil das habe ich schon in einem WTF-Video erklärt. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich das Ganze auftrage. Und zwar Primer ist eine Säure. Sollte nicht auf die Haut kommen, denn sonst brennt es. Genauso wie unter den Nagel sollte es auch nicht kommen. Ist unangenehm für die Kunden. Wahrscheinlich 10-20 Minuten lang wird das dann brennen. Genauso, wenn ihr den Kunden verletzt habt, irgendwie an der Nagelhaut, sollte es nicht da dran kommen, brennt wie Sau. Das heißt, wenn ihr eine neue Flasche Primer habt, ist die sehr voll. Das heißt, der Pinsel ist auch sehr voll mit Primer. Nehmt euch dann einfach eine Zellette. Tupft den einmal, zweimal mit dem Pinsel auf die Zellette. So kann schon mal der überschüssig Primer ablaufen. Und dann einfach nur auf den Naturnagel auftragen. Nicht an die Nagelhaut kommen, wie gesagt. Und das war es dann auch schon. Das Ganze wird nicht auf den Tipp aufgetragen. Auf den Tipp kann das Ganze nicht trocknen, beziehungsweise nicht einziehen. Und ihr braucht nicht großartig hin und her streichen. Das Ganze verteilt sich von alleine. Das kommt davon, wenn man Primer umkippt. Kippt ihn nicht um, denn sonst habt ihr eure Tischplatte versaut. Das ist wie gesagt Säure und das löst dann euren Lack der Tischplatte an. Jetzt darf der Kunde natürlich nicht mehr an den Finger kommen. Das heißt nicht in die Nase stecken, nicht in den Mund nehmen oder irgendwo kratzen. Deshalb lasst den Kunden die Hand zur Sicherheit in die Lampe legen. So ist das schon mal safe und kann keine Dummheiten anstellen. Kommen wir zum Haftgel. Haftgel ist einfach nur dafür da, das setzt sich in die angeraute Oberfläche und verbindet den Nagel mit der Modellage. Ganz grob übersetzt. Beim Auftragen des Haftgels darauf achten. Ganz dünn auftragen. Ganz wichtig, nicht an die Haut kommen. Denn wenn ihr an die Haut kommt, kann ganz schnell Luft unter den Nagel kommen. Auch Lifting genannt. Vorne die Spitze einmal auch mit Haftgel einschmieren. Manche massieren das Haftgel auch ein. Ich habe es zehn Jahre lang nicht gemacht, hat es trotzdem gehalten. Könnt ihr ja sicherheitshalber mal machen. Ich zeige euch mal wie das aussieht. So ein bisschen hin und her, hoch und runter. Macht erstmal alle Finger fertig. Das Ganze kommt dann 90 Sekunden in die Lampe. Achtet wirklich auf die Härtungszeit. Beim Haftgel ist das relativ wichtig. Und dann kann es weitergehen. So das war es mit dem Thema Tipps. Ich hoffe ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Außer ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne sharen, teilen, liken. Hier oben könnt ihr das Ganze abonnieren. Und hier unten geht es zu meinem letzten Video. Kommentare sind auch gerne gesehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Wenn duklet euch vorher noch erzählen, dann könnt ihr euch Larry lieber z34 loswerdenу. Bis zum nächsten Mal.